Es kommt nicht alle Tage vor, dass ein CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender ein Buch zur Erinnerung an einen SPD-Politiker herausgibt. Volker Kauder möchte damit das Angedenken an Peter Struck hochhalten. Während der Großen Koalition von 2005 bis 2009 arbeiteten die beiden als Fraktionsvorsitzende eng zusammen und schätzten sich auch außerhalb des politischen Geschehens. Diese Große Koalition wird für mich immer deshalb schon etwas Besonderes sein, weil ich nur durch diese Große Koalition Peter Struck als Freund gewonnen habe. Ein Freund, der bereits 2012 gestorben ist. Bei der Buchvorstellung in der Friedrich-Ebert-Stiftung bedankt sich Volker Kauder bei den mitwirkenden namhaften Autoren. Sie beschreiben in einzelnen Aufsätzen die Entwicklung des Deutschen Bundestages, seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und die Rolle der Fraktionsvorsitzenden Struck und Kauder, deren Zusammenarbeit außergewöhnlich vertrauensvoll und offen gewesen ist. Ich habe schon hin und wieder gespürt, dass er besondere Diskussionen mit den Frauen hatte. Dann hat er mal zu mir gesagt, dass was bei dir die CSU ist, sind bei mir die Frauen. Also die haben ihm manchmal schon Dampf gemacht. Wahrscheinlich war da Andrea Nahles auch mit von der Partie. Peter Struck wäre am 24. Januar 75 Jahre alt geworden.